Hallo! Heute werde ich über den Anders San Diego 4 Gasgrill berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen! Großes Grillkino auf kleinem Raum. Kleine Terrasse, Mini-Balkon oder meistens zu zweit? Unsere Grills aus der Einsteiger-Klasse San Diego haben großzügige Grill- und Ablageflächen und nehmen dabei wenig Platz weg. Die Gestelle sind robust und haben neben einer großen Ablage für Teller und Grillgut noch zwei zusätzliche an den Seiten, für Gewürze, Soßen oder was man sonst noch zum Barbecue griffbereit haben möchte. Ein Warmhalterost aus Edelstahl für alles fertig Gegrillte schwingt beim Öffnen und Schließen der Haube einfach mit. Der Grillrost selbst ist aus Edelstahl und lässt sich ganz easy reinigen. Gut Aussehen tut er auch. Das matt-schwarze Design der Edelstahlbrenner-Gasgrills passt in jedes erdenkliche Outdoor-Ambiente. Auf einen Blick. Grillrost aus Edelstahl für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und ausgezeichnete Grillergebnisse. Großer, mitschwingender Warmhalterost aus Edelstahl hält fertiges Grillgut warm. Vier Edelstahlbrenner für kraftvolles, direktes und indirektes Grillen. Reinigung Herausnehmbare Fettschublade mit Fettauffangbehälter für eine einfache Reinigung. Mehrteiliger Grillrost ist einfach zu entnehmen und zu reinigen. Sicherheit 5 kg Gasflasche darf während des Betriebs im Unterschrank verbleiben. Batterielose Piezozündung im Bedienknopf integriert ermöglicht sicheres Zünden. Flammenabdeckungen schützen die Brenner und optimieren die Hitzeverteilung. Inklusive Druckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV und Schlauch für extra Sicherheit. Material Großvolumige Garhaube aus pulverbeschichtetem Stahl und integriertem Thermometer. Seitenablagen aus pulverbeschichtetem Stahl. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Hinten am Grill ist ein Spalt. Der Deckel ist sehr niedrig. Die Fettaufferung Wanne ist etwas zu klein. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sehr guter und stabiler Grill. Material ist leicht und einfach zu bewegen. Die Qualität absolut hochwertig. Klasse Unterschrank mit Türen. Der Grill ist sehr gut zu händeln. Kompakt. Leicht zum Zusammenbauen. Ist einfach zu reinigen. Der Test für den Enders San Diego 4 Gasgrill ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder! Deine Untertitelung des ZDF, 2020